da schießkunst verstärken haben wir die letzten schießkunst verstärken große sehnstein wieder eine stufe mehr so machen wir mal ein bisschen kohle dadurch weil verzaubertes zeug lässt sich gut verkaufen ist halt so kann ich auch nicht dran ändern so hierunter darunter da sprung der sprung kaufen wir das zeug und dann machen wir auch schluss heute dann werden da ein bisschen wieder was ab und mal schauen morgen morgen denke ich mal dass nichts kommen wird vielleicht lade ich was hoch mal schauen richtig nein ich bin nicht für manche ist das range für mich sind das schätze genau waffen die zuerst los dann an bekleidung halt das zück was ich sowieso hier nicht beim schmied loswerden könnte am besten so sonstiges vielleicht noch die beiden steine weg damit kann ich sowieso nicht loswerden das heißt ab zum schmied nach himmelsrand da kann ich nämlich noch ein bisschen zeug loswerden ich bin halt nicht ganz bei der sache so Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beidrinnen, was ich kann. Wo ist der alter Sack jetzt? Ruckel, ruckel, ruckel. Wo ist der alter Sack jetzt? Da ist er doch. Ah, ruckel, stark, ruckel. Waffen, die kann er mir schon mal abkaufen. Die kann er mir abkaufen, das kann er mir abkaufen. Das kann, das kann weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön, damit kann ich mir wieder eine... Bei Ismirs Bart, mir steht nicht der... Es ist ein ehrliches Handwerk. Ich werde euch beibringen, was ich kann. Und Spasti. Ja, ja, beibringen, was du mir kannst. Ich laber kein, ganz gar nichts. Ich muss hier runterjumpen und jetzt mich da hinten beeilen. Ich kann nur noch an meinem Sohn Thorat denken. Sie sagen, er sei unbekommen, aber ich weiß es besser. Ich mache es besser. Aber super, es hat der auch schon dicht gemacht. Jetzt gibt's doch nicht. Soll ich wieder ein paar Stunden warten? Lächerlich. Frechheit, unhöflich. Falsche Straßseite. Fällt nichts ein. Immer noch nicht. Jetzt aber. Sonst war's. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alle... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Und zack, ist das Zeug auch weg. Für manche ist es Ransch. Für mich sind es Schränze. Kann ich noch hier bei dem loswerden? Nichts besonderes mehr? Äh, langweilig. Bitte kommt wieder. Bitte ist Fertigkeiten, mich nur um den Hof zu steigen. Ich bin nicht blöd, mein Freund. So. Ihr wollt euch wohl mit einer eigenen Frau unternehmen? Die Göttlichen sind euch holt, mein Freund. Ja, ich will mich nicht in Einhandwaffen trainieren. Das ist ja Schwachsinn. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient. Denn wir sind ein. Genau. Wir sind eins, zwei, drei. Ich hab das Gefühl, dass dort eine Tür ist. Aber ich weiß nicht, wie ich die öffnen kann. Hm. So, jetzt kann ich ihnen einen Teil wieder verkaufen. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Preist die Götter. Nein, gar nicht. Mhm. Es ist ein ehrliches Handwerk. So. Ich werde euch beibringen, was ich kann. 80 haben wir fast erreicht. Uh. Mir fehlt noch viel zu viel Gold. Wo kriege ich denn auf der Schnelle ein bisschen Cash her? Dann habe ich Stufe 80, dann kann ich mir Vulkanglaszeug erstellen. Das weiß ich noch halbwegs in Erinnerung zu haben. Ähm. Aber ansonsten. Hier außen gibt's besonders nichts mehr eigentlich. Hier haben sie ja nicht, wenn's launt. Kämpfe ich mich mal. Da komme ich überhaupt noch nicht rein. Hier durch. Kann ich mich eh noch nicht mit allem anlegen. Hier hinten war ich auch schon. Ich war schon an eigentlich vielen Orten, ne? Gehen wir rum und Mortal mal gucken, was wir da so finden. So. Gibt's hier irgendwas, was man erkunden hat? Hier in der Umgebung. Welche Richtung gehen war? Die Richtung gehen war richtig so. Einfach mal hier in die Richtung gehen. Mal gucken, was man so findet. Also bis jetzt habe ich noch keinen Dungeon oder so entdeckt. Gewehr links. Ich hör schon einen Drachen. Das ist wieder egal. Das juckt uns aber wenig. Da wird er nämlich unsere Kraft wieder haben. Und der hat uns anscheinend gesehen. Nein, das ist eine Frostbissspinne. Und die regt mich gerade auf, weil die nervt. Weil das Vieh einfach hässlich ist und wenn nicht... So. Da ist ein Dungeon. Da ist noch einer. Den werden wir uns jetzt vornehmen, da hinten. Was ist hier so? Keine Ahnung, was das hier sein soll, aber... Hoffentlich gibt's was zu holen. Ja, gibt's was? Das hat sich schon gelohnt. Illusionen, das ist auch nicht schlecht. Nur mal eine kringe Punkte zugewiesene. En masse. Den hat's mal erwischt. Gut. Alles gefunden, was wir brauchten. Hat sich gelohnt. Aber weiter. Ich glaube, das, was wir da gesehen haben, in der Richtung, war Labyrinthion. Und da will ich noch nicht rein. Da müssen wir letztendlich so oder so rein. Von daher. Abwarten und Tee trinken. Und da wird das, was wir tun haben. Vielen Dank.